Und damit ein ganz herzliches Hallo am Donnerstagabend aus der Mercedes-Benz Arena. Das absolute Top-Spiel steht auf dem Plan. Nachdem der HSV schon am Sonntag eines hatte gegen Arminia Bielefeld, ist es heute vielleicht der Kampf tatsächlich um den direkten Aufstiegsplatz. Der HSV Platz 2 der VfB Stuttgart auf Platz 3. Es war ein turbulentes Wochenende, insbesondere für den VfB Stuttgart. Man verlor mit 3 zu 2 höchst unglücklich gegen Holstein Kiel. Aber sie haben die Möglichkeit, das heute wieder auszugleichen. Mit einem Sieg würden sie am Hamburger SV wieder vorbeiziehen. Schauen wir auf die Aufstellung. Kobel im Tor beim VfB Stuttgart in der Viererkette. Mola, Kempf, Badstuber und Stenzel. In der Vierermittelfeldreihe González, Endo, Mangala und über rechts haben wir Förster. Al-Gadoui als hängende Spitze heute hinter Mario Gomez. Die Davi, ja, gesperrt. Nicht dabei. Dann wollen wir in kurzen Augenblicken auch beim HSV auf die Startaufstellung blicken. Da gibt es eine Veränderung im Kasten, Heuer, Fernandes. Dann in der Viererkette Leibold, Van Drongel in Letschert, Wagnumann. Da ändert sich nichts zum Spiel gegen Bielefeld. Mit Handfein und Dudziak im Dreiermittelfeld. Und vorne dann Kittel, Pujan, Palo und Jairo ist neu dabei für Martin Harnik. Auch der englischen Woche sicherlich geschuldet. Unter dem Strich war es aber ein toller Auftritt des Hamburger Sportvereins. Da hat sich die Mannschaft von Hecking nichts vorzuwerfen, außer vielleicht die Chancen nicht verwandelt zu haben. Aber jetzt wollen wir starten. Und VfB Stuttgart wird gleich anstoßen. Gomez vollführt den Anstoß. Damit beginnen die ersten 45 Minuten der VfB Stuttgart. In den roten Trikots von rechts nach links hier etwas mehr gefordert als noch der HSV, der eben auf Platz 2 steht. Stuttgart kommt aber direkt über die linke Seite. González mit der Flanke lächert aber dazwischen für das erste der HSV mit einer tollen Partie gegen den deutschen Sportclub Arminia Bielefeld. Ich hatte es angesprochen, da hatte man mehrmals die Chance in Führung zu gehen, den Siegtreffer zu erzielen. Aber es war nur ein 0 zu 0. Trotzdem sind sie noch besser davongekommen als der VfB Stuttgart, der die Punkte liegen ließ gegen Holstein Kiel. Da waren einige individuelle Fehler noch dabei. Da schmerzte Pellegrino Materazzo ziemlich stark. Aber heute ist Wiedergutmachung angesagt. Die Anfangsphase kommt hier erstmal ohne einen Aufreger, ohne eine Torchance daher. Aber die offensive Power von beiden Mannschaften ist nicht zu unterschätzen. Mario Gomez und da haben wir sie dann. Die erste Möglichkeit. Hoyer Fernandes muss eingreifen. Jetzt keine sensationelle Chance. Der Ball wäre, wenn wir das hier uns genau anschauen, wohl auch vorbeigegangen. Aber Hoyer Fernandes geht auf Nummer sicher und wehrt zur Ecke ab. Stenzel wird diese reintreten. Durchaus Kopfballstärke vertreten bei VfB Stuttgart. Aber Lecciat ist dazwischen zu dieser schwach getretenen Ecke. Erstmal noch nicht zu sagen. Der zweite Ball wieder von Stenzel. Dann Futter für Hoyer Fernandes. Es deutet sich wie in der Vorsaison wieder ein Schneckenrennen um den zweiten Tabellenplatz an. Und auch um den dritten. Die Mannschaften punkten nicht. Jetzt nach der Corona-Pause zwar zwei Spiele erst gespielt. Aber Stuttgart und der HSV beide ohne einen Sieg. Stenzel mit der Flanke. Der Kopfball von Drongelin dann auf das Dach. Aber auch Arminia Bielefeld punktet ja nicht. Werden wir nochmal hier auf die Chance schauen von Mario Gomez. Bielefeld hat auch erst zwei Punkte eingefahren. Kann damit aber am besten leben. Weil zumindest die Mannschaften von hinten nicht näher ranrücken. Bis auf den ersten FC Heidenheim. Der hat zumindest einen Dreier eingefahren. Gegen wen Wiesbaden. Und die sind auch dicht hinten dran. Orel Mangala kommt kurz. Bringt die Flanke. Hoyer Fernandes ist aber aufmerksam. Und faustet den Ball raus. Doch der VfB Stuttgart macht unter dem Strich schon gut Druck. Und der HSV jetzt in der Ausgangslage. Wie sie noch Arminia Bielefeld hatte. Am vergangenen Spieltag. Gegen 1 0 zu 0 ist hier aus Hamburger Sicht. Überhaupt nichts einzuwenden. Für den VfB Stuttgart wäre das schon ärgerlicher. Da sie hier eine große Chance vertun würden. Aber wir sind ja noch früh in der Partie. Und somit in alle Richtungen alles noch offen. Trotzdem die ersten Eindrücke ganz klar pro VfB Stuttgart. Der HSV nach knapp 20 Minuten noch ohne. Nennenswerte Szenen mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte. Jetzt möglicherweise über Jairus Samperio und Wagnumann die rechte Seite bearbeitet. Der Pass aber zu ungenau. So löst es dann der VfB Stuttgart spielerisch und ohne Probleme. Endo links raus zu González. Der per Strafstoß erfolgreich war. Der andere Torschütze. Wir gehen gleich drauf ein. Nach dieser Chance von Mangala. Beim HSV gespielt letzte Saison. Zielt ihr H. Scha vorbei. Ich bringe den Gedanken noch kurz zu Ende. Der andere Torschütze Silas Wamangituka, der das 3 zu 2 erzielt hatte, ist auf der Bank. Aber sicherlich eine gute Option noch für die Schwaben. Das war jetzt die zweite richtig gute Chance. Sogar noch größer als die erste. Und mittlerweile ist es für den HSV doch etwas schmeichelhaft, dass es noch 0 zu 0 steht. Der VfB Stuttgart ganz klar die bessere Mannschaft hier. Und jetzt bringen sie sich möglicherweise selbst in Bedrängnis. Kobel zu Kämpf, der drischt den Ball dann ins Aus. Geht auf Nummer sicher, weil Pojanpalo von hinten gedrückt hat. Da hatte man sich auch überlegt, kommt vielleicht Hinterseher heute neu rein. Nein, Pojanpalo bekommt nochmal die Chance, obwohl er wirklich dicke, allerdickste Möglichkeiten vergeben hatte. So langsam sollte er dann aber auch abliefern. Sonny Kittel zu fein. Jairo Samperio. Jetzt mal der HSV. Trifft den Ball nicht ganz optimal. Sah dann in erster Instanz doch etwas gefährlicher aus, als es tatsächlich war. Trotzdem, der HSV nähert sich langsam an, weil der VfB Stuttgart sich eben selbst ein wenig in Bedrängnis gebracht hat. Knappe halbe Stunde jetzt von der Uhr. Es gestaltet sich offenbar, offener. So scheint es zumindest aktuell. Morel Mangala, viel geht über die linke Seite. Gonzales, aber noch nicht mit dem entscheidenden Impuls. Jetzt über Förster die rechte Seite mal. Akkan, Stenzel sucht dann den Weg über Badstuber. So arbeitet man sich langsam voran. Endo. Komm ist aber mit dem Fehler. Der HSV hat die Szene erst wieder unter Kontrolle, doch ist dann wieder dabei, den Ball zu verlieren. Letschert ist aber aufmerksam. Das wird dann ohne Probleme gelöst. Es ist durchaus die Nervosität zu spüren bei beiden Mannschaften. Der HSV hat viel aus den Händen zu geben. Und ja, eben bei den Schwaben die Gefahr, dann vielleicht schon eine leichte Vorentscheidung hier zu bekommen. Das ist es natürlich noch nicht am 28. Spieltag, aber sollte man das verlieren. Und dann kratzt ja auch von hinten noch Heidenheim. Die sind beim FC St. Pauli zu Gast unter der englischen Woche. Alles also nicht so einfach. Mario Gomez. Kriegt er den Ball unten vielleicht zu Förster? Nein, aber über Endo gelangt er dann auf die rechte Außenbahn. Zu unpräzise, aber gespielt. Und somit wieder Ballbesitzwechsel. Aber auch das sehen wir. Stuttgart stellt dann zu. Der HSV kann sich hinten kaum befreien. Aber es fehlen auch die Torchancen kurz vor dem Seitenwechsel. Mangala mit der Flanke. Wieder unzureichend. Jetzt mal eine Konteraktion. Poyan Palo. Jairo Samperio wieder zu Poyan Palo. Aber Marc-Oliver Kempf kann sich da im Zweikampf behaupten. Wiederum der Fehlpass. Sehr durchwachsen. Was hier im Spielaufbau geleistet wird. Bislang noch ohne Strafe. Vielleicht jetzt. Überwagnummern. Die Flanke. Aber auch wieder zu mangelhaft. Kobel stürzt sich auf den Ball. Hat gar keine Probleme. Viel Nachspielzeit dürfte es nicht geben. Doch tatsächlich drei Minuten. Also vielleicht etwas hochgegriffen. Weil es die großen Unterbrechungen nicht gab. Es gab kein Treffer. Trotzdem nochmal die Möglichkeit. Mario Gomez müsste jetzt langsam wieder in die Mitte. Weil Förster den Ball wohl reinbringen möchte. Let's Schad gegen Al-Gadoui. Der ist dazwischen. Szene trotzdem geklärt. Und das war es dann für den ersten Durchgang. Wir haben zwei gute Möglichkeiten vom VfB Stuttgart vorzuweisen. Eine richtig starke für den HSV durch Jairo Samperio. Aber es steht 0 zu 0. Wir haben noch keine Treffer gesehen. Hoffen, dass sich das im zweiten Durchgang gleich ändern wird. Bis gleich. Wir sind zurück in Stuttgart. Der HSV jetzt dementsprechend von links nach rechts. Auch an den Trikotfarben hat sich nichts geändert. Vielleicht wird jetzt aber ein neuer Wind in dieser Partie. Eventuell gab es da die ein oder andere Ansage. Der VfB Stuttgart mit dem deutlichen Übergewicht an Ballbesitz. Knapp 66% waren das bis zur Pause. Aber profitieren konnten sie davon noch nicht. Optisch klar ein Übergewicht. Aber es fehlt der Treffer. Und der ist hier in erster Instanz wichtig. Al-Gadoui zu Gomez. Der Ball zu ungenau für Gonzales. Der ist nicht zu erreichen. Eine weiterhin Top-Party, die noch diesen Namen etwas unberechtigt erhalten hat. Weil es die Vielzahl an spielerischer Klasse nicht gibt. Vielleicht steht dafür auch einfach zu viel auf dem Spiel. Das kann natürlich auch sein. Doch solche Flanken sind aus Zweitliga-Sicht auch einfach zu wenig. Das muss deutlich besser werden. Poyan Palo jetzt gegen Kempf setzt sich mal durch. Hand raus auf die linke Seite zu Sonny Kittel. Aber auch das ist völlig überhastet. So darf man das Ganze nicht angehen. Ansonsten schafft man es hier nicht mal mehr eine Torchance herauszuspielen. Man darf auch nicht den Fehler machen, alles dann schlecht zu reden. Weil das hier ein Neutralisieren auf hohem Niveau ist. So wollen wir es mal formulieren. Trotzdem in der einen oder anderen Szene nochmal den Kopf hochnehmen. Und dann kann vielleicht was Gefährliches bei rauskommen. Duziak von Poyan Palo bedient. Duziak zielt über den Ball mit dem Fuß und kriegt den Abschluss. Gregor Kobel mit der Parade. Super gemacht hier. Von Jeremy Duziak. Und dann die Parade von Gregor Kobel. Eckstoß von der linken Seite. Kittel. Aber zu dicht ans Zoll gezogen. Kobel ist da und hält den Ball fest. Van Drongelen setzt sich da durch gegen Philipp Klement. Der gerade für Al-Ghadoui das Feld betreten hat. Der HSV kommt wieder. Jetzt verbessert. Kinzombie zu Duziak. Wieder Jeremy Duziak. Der mit Abstand auffälligste Spieler aktuell auf dem Feld. Und da fehlt nicht viel zum Torerfolg. Das 0 zu 1 liegt jetzt doch deutlich in der Luft. Weil der VfB Stuttgart keine Entlastung mehr richtig hinbekommt. Bringen sich selber hier wieder vor Probleme. Jetzt haben sie mal den Ball etwas unter Kontrolle. Mario Gomez, Mangala und Förster. Der verliert aber den Ball an Tim Leibold, der da gut nachsetzt. Van Drongelen bringt den Ball dann erstmal in Sicherheit. Poyan Palo setzt sich durch. Sonny Kittel am Ball. Doch der Innenverteidiger des VfB macht seinen Fehler wieder wett. Es geht wieder in die andere Richtung. Der VfB Stuttgart vielleicht jetzt aufgewacht durch diese Aktion. Klement, Endo, Mario Gomez zu ungenau. Wurde nicht zu Unrecht auch rausgenommen. Jetzt schauen wir mal auf diese Situation. Bad Stuber gegen Poyan Palo. Aber Bad Stuber setzt sich dann doch durch. Ja, Gomez wurde nicht zu Unrecht rausgenommen gegen Holstein Kiel. Zur Pause. Zu wenig Beweglichkeit. Nicht agil genug. Eine gute Möglichkeit. Vergeben. Und da musste er das Feld räumen. Aber für heute ist vielleicht ein Lucky Punch gebucht. Was den Namen Mario Gomez angeht. Da ist er. Vielleicht diese eine Aktion. Aber zu unplatziert. Der war nicht leicht zu nehmen. Trotzdem eine gute Möglichkeit. Castro jetzt neu im Feld. Wir überblicken mal, wer verlassen. Wer das Feld verlassen musste. Erstmal zweitrangig. Förster setzt den Ball etwas zu hoch an. Ja, keine wirkliche Torgefahr. Da war der Kupfball eben von Mario Gomez doch noch etwas gefährlicher. Feuer Fernandes mit dem weiten Abschlag. Harnik. Soeben in die Partie gekommen für Poyan Palo. Da kam auch noch nicht allzu viel nach vorne. Der Ball aber direkt wieder beim gegnerischen Keeper. Läuft das hier auf eine torlose Punkteteilung hinaus. Der HSV könnte damit leben. Für den VfB Stuttgart tendenziell etwas zu wenig. Jetzt González. Tritt nochmal auf den Ball rauf. Nimmt Mola mit. Aber das ist zu einfach. So leicht darf man sich den Ball nicht abluchsen lassen. Auch wenn Wagnoman das sehr gut macht. Wagnoman schickt Aaron Hunt auf die Reise. Zieht ihn in den Strafraum ein. Aaron Hunt. Aaron Hunt verstolpert die Situation. Badstuber dann zu Kobel. Der ist dann froh, den Ball da irgendwie rausdreschen zu können. Da war deutlich mehr drin gerade. Die Möglichkeit zum 0 zu 1. Mehr oder weniger aber verpufft. Stuttgart ist jetzt offener. Also die Räume würden sich bieten. Hinter der Abwehrreihe für den HSV. Kinzombie. Ungenauer Pass. Kein Problem für Kobel. Wer wird den längeren Atem haben? Wird jemand den längeren Atem haben? Das ist hier die Frage. Denn wirklich viel ist nicht mehr zu gehen. Klement raus. Zu Förster. Kinzombie. Jetzt mit Harnik und Kittel nochmal vielleicht eine Angriffssituation. So. Aber nicht. Philipp Klement. Zwei Minuten gibt es nur obendrauf. Auch die Nachspielzeit schnell dann abgelaufen. González. Aber steht dem Abseits. Nochmal ein Wechsel. Philipps kommt jetzt rein für Mola. Ja, Kopfballstärke vielleicht. Nominell Philipps ein Innenverteidiger. Aber viel Zeit hat er wohl nicht mehr, um sich hier zu zeigen. Letzschert mit dem Ball nach vorne. Hans. Das war's. Das war's. Diese Partie findet keinen Sieger in einem Topspiel, das den Namen weitestgehend nicht verdient hat. Fallen keine Tore. Der VfB Stuttgart und der Hamburger Sportverein trennen sich 0 zu 0. Und damit kann der Gast aus Hamburg sicherlich deutlich besser leben. Der VfB Stuttgart und der Hamburger Sportverein trennen sich 0 zu 0.